Wir waren Punkt 14.05 Uhr, aber der Clown hat überzogen. Der Clown hat überzogen, jetzt ist die ganze Tagesplanung. Ich muss jetzt das ausrechnen, was das jetzt für den Tag bedeutet. Der Clown hat zwei Minuten überzogen. Das findet Ludo lustig. Ludo findet es lustig, aber er weiß gar nicht, was er an uns damit jetzt einbringt. Und jetzt den ganzen Tagesplanung müssen wir jetzt umschmeißen. Wir geben euch später die Information. Noch mal einen Applaus für unseren Clown. Wir haben heute auch noch mehrmals für euch hier abstand.